Eine Übung zu machen zwischen dem Riesenstab Zwischen dem Riesenstab und dem Stab außergewöhnliche Ereignisse der Stadtberg Neustadt, die zum ersten Mal geübt haben. Auch da war ich zu Gast. Ich muss sagen, wunderbar geklappt, mit viel Engagement und sehr gutem Ergebnis. Herr Bürgermeister, Ihr Stab funktioniert. Toll! Dankeschön. Vielen Dank. Insofern möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie trotz des schönen Wetters, ich weiß, jeder hat auch noch was anderes zu tun, heute hier dabei waren, dass Sie sich eingebracht haben. Herzlichen Dank und ich glaube, wenn wir so aufgestellt sind, kann nicht viel passieren. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.